Na alle zusammen, mich ist wieder Heutjala und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Kisten öffnen. Und zwar insgesamt haben wir wieder 100 von den restaurierten Artefakten. Und da wollen wir die jetzt eintauschen gegen ein paar Trollkisten. Denn ich brauche noch Zinnrock. Das können wir mit ein paar Trollsäuze quasi bekommen. Oder mit ein paar mehr zumindest. Dazu kaufen wir jetzt hier Trollische Archäologie-Kisten. Insgesamt tun wir 100 raushauen. Und dann warten wir jetzt mal geschwind, bis sich hier einmal bei mir ein wenig das Inventar vollfüllt. Das ist nämlich immer ein bisschen eine zähe Angelegenheit. Und ja, die Kisten wollen wir jetzt aufmachen. Da kriegen wir dann Fragmente raus. Und zwar für die Trollfraktion hier. Und wenn wir ganz viel Glück haben, ist da Zinnrock dabei. Das ist ein Zweihandschwert. Ein relativ großes sogar. Und ja, ich hoffe, das kriege ich raus. Falls ihr jetzt nicht wisst, von was ich rede, beziehungsweise wie das allgemein hier mit Archäologie funktioniert. Im ersten Teil von dieser Videoserie habe ich das ein bisschen ausführlich erklärt. Und da könnt ihr gerne reinschalten, falls ihr jetzt hier nur Fragezeichen über dem Kopf stehen habt. Naja, in der Folge wollen wir jetzt einfach die Dinge aufmachen und gucken, ob ich ein bisschen Glück habe. Mittlerweile ist das jetzt, glaube ich, die sechste Folge, müsste es sein. Also ich habe jetzt schon ein bisschen was aufgemacht. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt durch. Ich habe mir jetzt auch hier unten, wie ihr seht, ein Makro gemacht. Habe ich auch gebeindet. Wenn man hier, wie ich, schon einige hundert Kisten aufgemacht hat, dann schaut man, dass man das Ganze ein bisschen beschleunigen kann. Sagen wir es mal so. Also, zusätzlich habe ich hier, wie ihr seht, auch noch einige Trolltafeln. Die habe ich mir aus dem Auktionshaus zusammengekauft. Für, naja, doch nicht eine unerhebliche Summe. Aber die helfen schon extrem, ne. Jedes Mal, wenn ich so ein Relikt reinpacken kann, spare ich mir halt dann nochmal zwölf Fragmente. Und auf die lange Sicht, ja, summiert sich das schon gut zusammen, sagen wir es mal so. Juti, jetzt gucken wir mal, was wir Schickes haben. Aktuell nur grauen Plunder, wie ihr hier seht. Leider, weil es halt sich hier um Classic-Items handelt, kriegen wir auch keine, oder haben wir auch nicht die Möglichkeit, die Sachen einzupacken in so eine Kiste und wieder neue zu kaufen, ne. Dass wir so ein Endlos-Loop hätten, das funktioniert hier leider nicht. Wenn ich jetzt irgendwas farmen würde aus Mists of Pandaria, Red of the Lich King, äh, ne, Mists of Pandaria, dann Wallets of Draenor, Legion oder BFA, da wird das gehen. Aber in den niedrigen Expansions, ne, also in Classic, Burning Crusade, Cutter und Wattle, da geht's nicht. Jetzt habe ich wieder ein bisschen overcapped, habt ihr gesehen, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Haben wir nicht aufgepasst hier. So schnell geht's. Der Pool an grauen Items ist jetzt aber auch nicht so riesig, die man da rauskriegen kann, ne. Also ich kriege halt immer den gleichen Mist raus. Ähm, ich habe jetzt auch schon mal versucht mit einem Makro, ne, das ist, äh, ich habe das, ähm, auf so einer WoW-Seite gefunden über Archäologie, wo man auslesen kann, wie viele Sols man schon hat, also wie viele quasi man hier zusammengesetzt hat. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert für Trolle. Also ich muss das mal demnächst nochmal zusammenrechnen. Aber so eine grobe Faustregel ist so knappe 30 von den, ähm, Relikten baue ich etwa zusammen, wenn ich 100 Kisten aufmache, ne. Ich kriege so um die 800, ähm, Items oder Fragmente aus den, aus den Kisten raus. Und damit kriege ich so, ja, 30 Teile zusammengebaut. So Pi mal Daumen. Sind vielleicht mal ein paar mehr, vielleicht mal ein paar weniger, aber so im Schnitt. Und jetzt, ähm, sind wir bei, glaube ich, Folge 6, ne. Dann könnt ihr euch ein bisschen hochrechnen, wo ich etwa, äh, im Solve-Bereich bin. Müsste jetzt so 150, oder? Müsstens sein. So, warte mal, lassen wir, ne, also 115 schon haben. Ja, also wenn ich dann hier fertig bin, 180, oder? Wenn ich mich jetzt nicht ganz, ganz vertan hab. So, wie viele Kisten haben wir jetzt noch? Sehne. Jetzt wieder nur grauer Mist. Kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie viel hier an Grundsteinen man braucht, ne. Das ist ja immer unterschiedlich. Manche brauchen jetzt hier zum Beispiel 32. Hier braucht ihr zum Beispiel 30 das Ding. Gibt auch welche, die dann nochmal ein gutes Stück mehr brauchen. Die besten sind eigentlich die, die möglichst wenig brauchen, aber zusätzlich noch die Möglichkeit bieten, dass du so eine Tafel einsetzen kannst. So, und, ja, zum Beispiel die hier mit 35, ne, 35 plus die 12 Dinger, dann sind wir noch bei 23. Also die Fragmente, die ich brauche. Das ist so das Effizienteste. Gut, dann sind wir wieder tatsächlich durch mit der kleinen Aufnahme. Leider war es mal wieder nix. Und wer, wenn ihr wollt, dann könnt ihr gerne beim nächsten Video wieder reinschalten. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.